Ich hab gerne früher mein Level 16 bekommen, aber das muss man leider denyen. Oh, was ist hier da? Tivo einfach. Da gibt der Öl noch Krön, weil wir gehen ins Baron. Ja. Und wenn die fighten... Und wenn die fighten... Ähm... Wenn die kommen... Die Kangel können die nicht fighten gegen uns, das macht gar keinen Sinn. Oh Leute, ich sneak mich hinter die. Ja, wir dürfen uns halt hier nicht fighten, so. Ja, das war halt... Ja, das war halt... Ja, das war halt... Ja, das war halt...